Guten Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Wir fahren heute mal nach Philadelphia mit dem Trabi. Das ist eine Herausforderung, ist ja klar, Philadelphia liegt ja nicht um der Ecke. Dann schauen wir mal, wie lange wir brauchen. Das ist eine Herausforderung. Wir fahren heute wieder mit dem Trabi. Wir fahren heute mit dem Trabi. Wir fahren heute mit dem Trabi. Wir fahren heute mit dem Trabi. nach dem Trabi am girlfriends. Wir fahren heute mit Trabi. Wir fahren heute mit dem Trabi. Untertitelung des ZDF, 2020 Sorry, dass die Scheibe ein bisschen schmutzig ist, aber bis eben hat es noch ein bisschen engieselt. Dementsprechend sieht die Scheibe jetzt aus. So, wir sind in Philadelphia. So, wir sind in Philadelphia. Oh! Das war's. Schaut selbst, nicht, dass das heißt, das stimmt nicht. Ich hoffe das Video hat euch gefallen, lasst einen Daumen da, ein Abo und habt noch viel Spaß. Tschau!